ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben nicht nur einen Flugtag, aber noch einmal alle Mitglieder des Flugtags wollen abholtern und helfern. Es sind über 100 Leute, die diesen Flugtag jedes Jahr durchführen, zum 240. Mal. Sie haben es kritisiert und hier sind insgesamt die 670er. Sehr effizient. Für alle die, die stundenlang an den Grill standen, nehmen Sie diese Freiheit an. Und das können Sie noch bepflegen. Also, wenn Sie mit Ihrem Soltech und isn't in Richtung, kommen Sie mit Ihrem Helm, erst einmal ein Flugtag, haben Sie mit Ihrem Helm. Sie können mit Ihrem Helm-Kotter sprechen, Sie können mit Ihrem Helm-Kotter besuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir haben uns schon grünscht gehalten und wir haben heute den neuen Seiko erzeugt, wo wir uns gehalten haben, wo wir uns gehalten haben, wo wir uns gehalten haben und wo wir uns gehalten haben. Das ist die Idee, das ist ein Schulzüge, wo man nicht gesehen hat, wenn man ausführt. Sondern, ich sage, kommt aus jetzt gleich. Wenn man dann drückt oder weiss, dann schauen wir uns. Und die Hügel-Rieger, wenn man das in einer Hochschule ist, noch so. Für die Schicht ist es hier. Das ist ein Schulzüge. Ein Schulzüge, das ist ein Schulzüge, aber dieser hat die Herd und die Herd. Das ist wie eine Hochschule, derỗ wird an bürokratische Wein aus. Denen Sie auch noch in die Hügel. In dem soll ich noch eine Hochschule kommen. Und dann, wenn ich das nicht, dann kommt es noch nicht. Und dann, das ist alles fest. Gibt es auch auf 50, also 104, was du eher hast und dann in 3 Millionen, die sind jetzt dauerlich. Wir haben hier den Fallschirm, einen kurzen Sais. Halb im Rominal, etwa 7 bis 8 Uhr aus. und alle Gehörigen, das ist der Weg, der von Ihnen, und von Ihnen, das ist der Weg, der von Ihnen, und von Ihnen, das ist der Weg, der von Ihnen sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.